Ich verlaufe mich sehr gerne. Also jetzt bei diesen Wanderungen, wo es darum geht einmal rumzulaufen, natürlich eher nicht. Aber ansonsten praktiziere ich das fast in jeder Stadt, in die ich komme, dass ich einmal mit dem Bus in die Endhaltstelle fahre und einfach so einen Weg wähle, der so immer den nahegelegenen, der nächste interessanten Ausblick und dann irgendwann habe ich mich verlaufen, aber man verläuft sich ja nicht irgendwie schlimm in Europa oder so. Das geht jetzt ja immer ganz schnell wieder in vertrauten Gegenden. Ich finde das eigentlich ganz gut so, nach Nase zu laufen. DER EINER